Der Rules hat 2 Kills, 0 Punkte. Nice. Das ist verschickt, Alter. Ein Hoch auf Triarch. Jetzt kannst du bestimmt Deserte und den ganzen Scheiß vergessen, weil das nicht funktioniert. Das ist schon ein bisschen lustig. Wir ändern das bestimmt wieder. Ja, der Mission ist gleich, Alter. Ah, gestunt, gestunt. Angeleitet mit einer Nade. Einer kommt über Tankstelle. Oh, ich bin gestunt nochmal. Da sind zwei vorne. Einer Street. Street ist down. Hinter dem B-Sport irgendwo war noch einer. Brunnen Gang, Brunnen Gang. Ich könnte mal. Ist Richtung B-Sport weggerannt. Coole, coole. Im Spawn hinten am Heuballen. Im Spawn hinten am Heuballen ist ein Sniper, Alter. Was red ich? Oh, was, Alter? Ja. Soll ich da jetzt challengen? Nein. Er ist am Panzer. Er ist am Panzer. Bombe entschärft. Nein. Warum nimmt der eigentlich den blauen Rotpunkt? Äh, den blauen Punkt. Den blauen Rotpunkt? Oh, ich dachte, ich bin verballert heute. Wie geil. Ey, wir müssen nur so ne Liste erstellen. Also, Friedhof, blauer Rotpunkt. Oh Mann, was war das letzte Mal? Ah, das letzte Match, da muss ich gucken. Da war was richtig geil. Geil. Guck, Guck. Was war da, Kati? Oah! Einer ist Kiste. Pfannisch rechts von dir ist frei, ne? Also, kanns von da weggeballert werden. Kiste ist da, Hauen. Irgendwöl. Ich weiß. Nein. Ich hab's doch gesagt, Alter. Ja, ich hab da aber grad geguckt. Einer ist Tankstelle, der ist durch. Könnte Döner durch sein. Hallo, der blauen Rotpunkt. Oh, hinter mir, Alter. Mit der Nate hat er mich gepistet. Ah, jetzt ist schon wieder kritische Situation, weil einer ist Kiste. Extrem kritisch. Oh, nein. Bin gestunt. Dero ist gestunt. Dero gestunt. Oh, lol. Lass die doch nicht wegsprayen. Ach, der war oben im Haus. Na. Ich dachte, der hat mich vom Panzer aus weggeschossen. Das war scheiße. Kann man nur auf Stand-Off ohne Todesstelle spielen. Ich spiel nie mit Todesstelle. Eis. Och, kaum. Ich hab's auch nicht in jeder Klasse hier drin. Ha, wir gehen auf B. Jo. Wann ist Bombe, ne? Echt? Ja. Hä? Wieso bin ich gestunt? Ja, der hat ja drüber geschmissen. Oh, ein Dach oben. Sniper hab ich weg. Dach und am Panzer hinten noch. Okay. Oh, Döner drinnen. Döner. Am Panzer hinten und Döner. Ich hab den. Der kommt auch von hinten ins Haus rein. Der ist im Haus drin, im Haus drin, der hat mich. Ah, geht wieder raus zum Panzer. Geht Richtung Panzer. Ich blente. Aber nicht so, dass man vom Panzer aus die Bombe sehen kann, ne? Der ist immer noch Panzer. Ist jetzt Haus drin. Oh mein Gott. Er hat mich. Oh mein Gott. Der macht einen Ace, oder was? Hinter dir. Oder nicht? Da rechts. Ah, was? Alter, wie's laggt. Habt ihr das gesehen? Ja, logisch. Ist doch drauf alles. Guckst du dir an? Oh mein Gott, Alter. Geht schon wieder los hier mit Leg Switch, oder was? Gut, er hat mich so oder so bekommen, aber, alter, ich verschicke... Das war scheiße. Ja, ich hätte den Challengen müssen, direkt unten. Statt. Naja, egal. Ja, gerade hast du eh rückgehört. Trotz Ninja. Ja. Ja, das wird hier schon wieder so eine Muschelküste. Das wird auch in die Liste aufgenommen. Ich hab Heißwelle gestunt. Ich hab Heißwelle gestunt. Nein, einfach mal. Bei mir schon rum. Geht durch, der ist Traktor. Oh, das ist scheiße. Ninja defuse. Defuse einfach. Los. Schade. Oh, Leute, kommt schon, Mann. Echt. Doktor, du hättest Coole bleiben müssen. Jo. Wär besser gewesen. Kein Bock auf Cargo, Alter. Auch nicht. Ja, vor allem nicht gegen solche... Ähm... Abfärbungen. 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 Nein. Street ist einer. Ja, habt ihr ihn gestunt? Der ist hinter das Haus verschwunden. Nein, Alter. Schönen Gestunt. Kuhle ist einer. Kuhle ist einer. Kuhle, Kuhle, Kuhle. Ich bin weak ohne Ende. Der ist Brunn. Sauber. Noch eine. Sauber. Schön. Ich nehm auch mal die M8 rein. Ich dachte es waren noch drei. Ja, es waren noch drei. Und dann hat Doktor einen bekommen. Dann hat Doktor einen bekommen. Und dann hat Punt. Ah so. Okay. Ich versuche mal das B-Haus einzunehmen. Okay. Dann stunne ich die rote Outdoor Street Dings. 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 Sag mir falls jemand Pundengang kommt. Pundengang könnte einer kommen. Ich bin voll Pundengang. Pundengang. Habe ich. Pundengang ist down. Ich weiß aber nicht ob es mehrere waren. Pundengang. Bei mir kam schon wieder Stunts. Einen habe ich bei mir. Nein. Pundengang. Pundengang. Ist Richtung B-Spot gelaufen glaube ich. Nee. Dann ist er zurück abgehauen. Noch zwei. Ich gehe auf den A-Sport drauf Leute. Ich habe das B-Haus oben nicht mehr und so. Da tue er. Unter dem Panzer. Ich glaube ein Pfeifer. Hab den. Hab den. Sauber. Noch eine. Ich bin in der Kuh da drin Jungs. Rundengang. Pundengang. 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 Sauber. Pundengang. Mit so´m kleinen Ventilator noch so wessen. Ich riech die bis hierher. Schöne Raucher-Lunge. owned. Wie ist so Doktor mit Müllpunkten? Das ist was geil. Hööö chests. Ich bin auch full sur konst. Argestunt, 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 Argestunt ist schon Traktor. Schmeißen den jetzt zu Traktor. Ich auch. Ich bin da vorne, ich bin da vorne. Oh scheiße, Doc, Achtung, oh mein Gott. Nice. Ah, der war im Garten drin, meine Presse, Alter. Einer war noch Heuhaus-Topp. Im Garten, im Garten ist immer noch einer. Falls du den noch in den Tasks leere. Naja, im Garten ist immer noch einer. Heuhaus-Topp war auch einer. Nein, Alter. Grundengang. Ah, der ist schon Traktor jetzt. Boah, der ist richtig ruhig. Bullshit. Ja, der ist dann halt da reingelaufen, in den Garten. Boah, ich hätte ihn ja auch bekommen, wenn da keine zwei Nails von euch gekommen wären. Ja, wir waren im Stunt. Ihr seht doch, dass ich da bin. Ei, ei, ei. Guck, ich jetzt jedes Mal auf die Karte, wenn ich da eine Nails schmeißer da. Nee, ich sag das nächste Mal an. Ist ja gut, ist ja gut. Wenn du ins Fenster reingehst, dann sag immer an, wenn du reingehst. Ja, weil das ewig weit weg ist von unserer Position, wenn du Loft bist. Kista und Rot. Kista auch. Kista auch. Und hinter Brunnen. Ah, scheiße. Kista ein Down. Hinter Brunnen war noch eine. Kista auch noch eine. An der Start hier. Janisch, guck du Müll. Was machst du da? Der ist B-Auto. Und bei mir vorne, ich bin knallrot. Unten Gang ist einer. Nein, ey, das gibt's nicht. Der ist vor der Komfort Asport. Immer noch Brunnen Gang, der ist weak ohne Ende. Pass auf, Roles, der kommt vor. Ich bin übel weak hier, der will echt. Boah, der kommt echt. Oh, B-Haus top. B-Haus top, letzter. Springt runter, ist unten, B-Haus. Sauber. Boah, ey. Was für eine Scheiße. Ich sag doch noch, der kommt vor, Alter. Waren wir auf dem B-Spot? Ja, probieren wir's nochmal. Letzte Runde, ich hab einen direkt am Anfang. Diesmal lege ich dann aber nicht. Bart, ich lass erstmal diesen Aids übers Haus werfen. Nee, das bringt nichts. Die sind da nicht. Letzte Runde, wo wir hin sind, bin ich direkt hoch, hab einen wegholen können. Vor mir. Ah, nein, Alter. Ohne Idee, er ist doch gestand. Ja, fuck. Die sind auch Heu und so. Keine Chance. Da liegt er. Drei und drei. Einer kommt von hinten. Ich hab den direkt am Ende. Bei uns am Spawn schon, Alter. Das ist Bullshit, wenn das alles so lang dauert. Two on two. Immer noch einer hinten bei uns. Bleib am Leben, Panisch. Kiste, einer Kiste. Kiste, einer Kiste. Von wo? Ah, vom Panzer. Einer Döner, einer Panzer. Ja. Yo, fuck. Sorry. Komm, wir holen die, ey. Ohne Idee. Ja, keine Ahnung, auf Arden oder Art. Jo. Ich mach komplett Death. Neutralize the objective. Geht er mit Dog mit. Ich bin gestumpt. Ja, genau, Alter. Einer im Garten oder so. Einer im Garten oder so. Ja, das ist für'n Arsch. Soll ich mal verschieben? Irgendwas müsste ich machen, ey. Keine Ahnung. Keine Ahnung. B-Haus oder sowas. Weg bei mir. Ja, ich komm rum, denn. Einer am... Nein, einer hat auch Döner raus. Nein. Nein, der klitscht mich da, Alter. Oh Mann, Alter. Stark, echt? Stark. Ja, gib uns die Schuld. Komm. Mir waren wenigst vorne am Spot, Alter. Auf geht's. Dann holen wir sie jetzt halt auf Cargo. Bei mir ist Standbild. Ah, jetzt. Ja, jetzt geht's. Ja, jetzt geht's, man kiin' aus der Kanze. Ja, jetzt geht's. Na, ich komm.